Sie haben die Ursache gefunden, irgendein Idiot hat das in den Kernreaktor geworfen. Hat geklappt! Sie waren das? Wie können Sie nur so verantwortungslos sein? Das ist mein erster Arbeitstag. Als ich Sie vorher noch nie gesehen habe, stimmt das womöglich. Okay, weitermachen. Aber Sir, das ist Homer Simpson, der arbeitet hier seit zehn Jahren. Oh, ach wirklich? Wie kommen Sie dazu, mich so feucht zu belügen? Das ist mein erster Tag. Warum sagen Sie das nicht gleich? Es reicht! Sie sind entlassen!